dann können wir jetzt mal das herz hat natürlich noch ein bisschen probleme gemacht ob es wollte erst mal nicht so jetzt wenn es um ihr es fallen war 1859 weil ich kann nicht sein irgendwann los ich muss sowieso von dem punkt hier noch mal aus los nach meiner fleischfabrik wenn man die sachen los machen ja das war jetzt das helftpunkt wir sind im letzten stream schon ein weitergekommen sollte schon schreiben dass man nicht nicht hört ich habe mich selber nicht gehört den stream selber auf laut hat das selbst gehört ja ob es hatte mein mikro noch nicht das wurde hat man nie kommen wir auf stumm gestellt es ist halt ein bisschen ich hoffe man hört mich jetzt das kennen wir schon das wissen was wir machen müssen hier so wie die drei fleischbocken ein fleischwurst müssen wir machen so noch mal rüber hier hat das spiel überhaupt sound jetzt hat es am ende noch den spiel sound gründ lautstärke das ist also laut steuerung so eigentlich müsste es musik haben klingt für mich gerade geräuschlos hier aber egal müsst ihr die sound haben hat ob es jetzt hier den sound vom spiel mit drauf oder ist das gibt macht das auch probleme nach macht natürlich auch probleme und dann muss das noch kurz mal eigenschaften hört ihr jetzt irgendwas ich höre gerade nichts ist bei mir ohne sonst das spiel heute aber solange ihr es hört für den nächsten stream mache ich auch mal was ich damit ich mal was wieder höre jetzt für diesen stream heute ist laut genug ist jetzt hört man was dass die musik und so weiter das titel hochkrabbelte müsste geräusche machen ja ein bisschen was dürfte sein müsste es klappen wie geht es hat simply gefragt mir geht es mir gehen gerade geht es mir nicht so gut weil ich muss mich erst mal auch ich muss mich erst mal vom urlaub noch erholen ich komme gerade aus dem urlaub sommerpause ist vorbei ich muss mich noch von der sommerpause erholen ja ja man kennt in games und hört man aber keine musik ja das spiel hat auch nicht so wirklich musik ab und zu mal ein bisschen aber ich höre gar nichts ich bin für mich ist das jetzt wie klappe zu geht und so weiter das müsst ihr jetzt hören ich höre gar nichts für mich ist das stumm und musik solltet ihr auch keine hören mal schauen ob das jetzt klappt mit den drei fleischstückchen auf einmal ich hoffe doch dass das spiel jetzt nicht komplett gequerscht wird alles in Ordnung beim nächsten mal habe ich dann wieder habe ich dann vielleicht auch ein bisschen sound auf den Ohren ich finde mich auch ein bisschen was vom spiel mitbekommen ich gucke mal was dahin nach dem stream schaue ich mal was und wie es da kaputt gemacht hat ich habe halt ein windows update gemacht bevor ich den steam begonnen habe da hat halt wahrscheinlich das windows update obs die obs einstellungen ein bisschen verkauft daran wird es wahrscheinlich liegen ich vermute stark daran nichts so wo es geht ja dann kommen wir jetzt mal zu dem punkt wo wir jetzt mal aufgehört haben so ich jemand ruhig vielleicht sollte ich auch mal gucken dass ich jetzt mal den sound auf die Ohren kriege weil gerade hier beim hochspielen gerade bei neidmars ich glaube das ist nicht schlecht wenn ich den auch angehört angehört zu kommen höre also wenn der jetzt hier da ist jetzt da wir jetzt vielleicht den kollegen den koch den chef koch der musste dann werde ich auch gut wenn ich da mal was hinkriegen würde okay dann kommt der chef koch ja sehr gut da bin ich schon mal gestorben jetzt sind wir ja hier wir machen mal kurz ganz kurz wo wir erst nochmal auf ich habe so eine idee vielleicht ich weiß nicht ob hier das du noch hörst schauen wir mal versuchen wir es mal so schalte jetzt mal hier so um dann sagt mir mal gleich ob es noch funktioniert ob ihr noch was hört okay ich höre nach wie vor nix nichts an meinem herz hat oder hört ihr was ja ich habe einfach kein ingame sound auf dem ohr was ist das für ein horrorspiel denkbar schlecht man hört es noch alles in ordnung okay dann ist ja gut ich höre nach wie vor nix ja ich schaue ich habe es jetzt einfach mal umgestellt ich habe es mal auf meine kopfhörer umgestellt damit das auch mal auf meine kopfhörer kommt nix bei mir nach wie vor nix also ich schaue mal nachher woran es liegt welche kopfhörer noch mal anschließen da spiele ich heute mal ohne sound enttäuschend aber ja hauptsache euch macht spaß hauptsache ihr habt vollen sound mit dem stress jahre so langs für euch in ordnung ist so wie kommen wir jetzt um den kerl herum wenn wir den fahrstuhl dann greift uns dann müssen wir uns hier drin verstecken konnten wir nicht da irgendwie hoch war es nicht der punkt an dem wir uns verstecken konnten hier gibt es einen schlüssel er hat verschächte koch da ist der hier drin hier kann man rein da kann man uns sehr gut vor dem koch verstecken sorry dass es heute so ein bisschen rumklig rumklig ist jetzt hier rumklig wollte ich sagen so ein bisschen also jetzt hier so ein bisschen beginnt mit dem ton und zwar dass ich jetzt hier noch am anfang so ein bisschen probleme habe hier ist ja noch nichts neues technische probleme gab es bei mir schon immer so ein schlüssel kriegen wir aber vermeintlich ja vermutlich reden kann ich heute auch nicht nur vermutlich vom vom chefkoch hier hoch kann man nicht ich kann mich daran erinnern dass wir das letzte mal aufgehört haben als der als wir dort in so einer da hatten wir so einen kleinen unterstupf schnell verschwinde doch das kann man machen das kann man schaffen du kannst das gehen gar nicht das gut das game nicht aber ich ich bin jetzt hier ein bisschen ja obs macht es ein bisschen ja windows update da da dann wird es liegen ich bin noch ein bisschen am hasseln oder wie man das sagt ich bin noch ein bisschen ich habe noch ein bisschen probleme ich komme gerade aus der sommerpause bin noch nicht ganz bei der sache jetzt rein da mädel jetzt rein da meine fresse ich stand doch schon davor die tastatur wieder beherrschen lernen das produzieren war wieder tot oder hier es sieht doch dann herbst die scheiße aus wenn er die nummer steigt und steigt die darf unter ist zurück so jetzt macht dich davon werde ich nicht in das zu schritten sondern jetzt versteckt dich rein mit dir was machst du denn was ist denn was ist denn hier los ich drücke doch hier wie wild was machst du denn ich drücke doch hier schon steuerung warum auch immer steuerung die ducktaste ist warum es nicht mit steuerung duckt das ist doch auch nicht natürlich na komm macht er Ops muss die Maus noch bedienen ist ein bisschen jetzt hier rüber na komm nicht stehen bleiben nicht stehen bleiben hier mal hier versteckt dich verdammte Wurst hier rein kriegt uns kriegt uns kriegt uns nicht jetzt geht er da suchen dann haust ab lässt er den schlüssel hier ok rüttelt und ein schlüssel raus ne käse das käse was ich erzähle ja gut dann schnell weg schnell weg hier mit dem Fahrstuhl runter oder hoch ach ja hier war die stelle wo wir das letzte mal aufgehört haben hier hatten wir das letzte mal jetzt habe ich ja schon super ne halbe Stimme ne halbe Stimme gebraucht hier können wir uns verstecken tun aber ich glaube ich muss drücken Wahrscheinlich erst, wenn der Chefkoch drin ist. Ich muss mich da im Loch verstecken. Also jetzt das nochmal wieder hinkriegen. Den Schlüssel muss ich holen. Der ist da in der Küche drin. Safe ist der da in der Küche drin. Der Schlüssel in der Küche. Na komm, jetzt spring doch mal. Jetzt spring und jetzt verpasst er hier. Ja. Ducken, 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 ducken. Da rein, da rein, da rein, da rein. Leckeres Mio. Ich mach's hier auch bald. Ich schieb's jetzt einfach mal auf die Sommerpause. Ich bin gerade frisch aus dem Urlaub aus der Sommerpause zurück. Ich muss das noch, ich muss hier. Ich brauche noch ein bisschen zum Reinkommen. Ist ja nicht so, als wäre ich bei den anderen, bei den letzten Streams besser gewesen, aber ja. Ist ja nicht so, als wäre ich genauso schlecht gewesen. Skill hatte ich noch nie besonders. Aber gut. Jetzt rehn' da, Mädel. So. Da kriegt er uns nicht mehr. Na verpiss dich, hol dir den Käse da raus und jetzt mach die Fabrik an. Auf Wiedersehen.